Hallo liebe HB-Fans, heute möchte ich euch mit unserem Koch der ersten Mannschaft Philipp beim dritten Barmer Kochclip zeigen, wie man einen leckeren Smoothie macht. Los geht's! Für das Rezept brauchen wir folgende Zutaten. Banane, Avocado, Himbeeren, Blaubeeren, Johannesbeeren, Birne, Apfel, Erdbeeren, Apfelsaat. Gehen wir los! Perfekt! Wann trinkst du gerne Smoothie? Smoothie trinke ich ehrlich gesagt gerne in der Früh eher, oder mal Nachmittag für einen Snack. Perfekter Snack? Genau, das ist es. Dann haben wir die Erdbeeren dazu. Genau. Noch ein paar Himbeeren, ein paar Blaubeeren? Ja, gerne. Das mag ich extrem gerne, das Himbeeren und Blaubeeren. Bei mir ist das Heidelbeeren, aber okay. Ich denke, das reicht fast. Ja, ich denke auch. Ein bisschen Apfelsaft noch reinmachen, damit es am Ende ein bisschen gut trinkt wird. Das stimmt. Dann machen wir es zu. Schaut cool aus, ne? Ja, Weltklasse. Mal gucken, ob es schmeckt. So, Prostab! Bis jetzt im Bunge. Überragend! Überragend! So, liebe RB-Fans, das war's. Falls ihr Lust habt, mit eurer Schulklasse ein Kochevent mit einem Spieler unserer Mannschaft und unseren Koch Philipp zu gewinnen, einfach bei der Barman melden. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.